Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute, und schau euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder ein kleines Kisten-Opening-Video aufnehmen für euch. Es gibt einmal wieder ein paar Partys in Kisten, diesmal mit einem neuen Chart, und zwar mit meinem Schurken. Da brauche ich nämlich auch noch das ein oder andere, und ihr seht, beim Schurken brauche ich noch ganze neuen Items, und ich hoffe, das ein oder andere können wir heute da einmal rauskriegen. Ich würde sagen, wir machen mal 20 Kisten auf, so wie wir es immer machen. Und ja, drückt mir die Daumen, ich würde sagen, legen wir los. Erste Kiste, ah, direkt ein Dolch drin, wunderbar, den brauche ich. In der zweiten haben wir Schulter, die brauche ich auch, schon mal nicht schlecht. Dann nochmal ein Dolch, den brauchen wir nicht. Der Ring, der bringt leider auch keinen T-Mog. Den Umhang hatte ich anscheinend schon, wobei ich bei dem DK auch keinen T-Mog für den Umhang gekriegt habe. Ich vermute fast, dass der für alle Klassen der gleiche ist. Nochmal ein Dolch, den brauchen wir nicht. Die Schultern, die hatten wir anscheinend. Achso, ja, die haben wir davor gekriegt. Kurz Zeitgedächtnis lässt grüßen. Dann einen Kopf, den können wir auf jeden Fall brauchen. Sechs Items sind es jetzt noch. Nochmal den Umhang, den brauchen wir nicht. Nochmal den Dolch, den brauchen wir auch nicht. Schuhe, wunderbar, die können wir brauchen. Dann ein Trinket, das brauchen wir nicht. Nochmal den Dolch. Nochmal den Dolch. Nochmal den Ring. Ah, Hände. Dann sind es jetzt noch vier Sachen. Dolch. Ring. Ah, Handgelenk. Okay, bei dem Rogue läuft es eigentlich. Drei Sachen brauchen wir noch. Und dann haben wir als letztes ein Trinket. Bitte. Okay. Aber das war jetzt eigentlich ziemlich erfolgreich. Jetzt brauche ich quasi nur noch eine Hose, dann ein Gürtel und ein Schwert müsste das sein. Das Ding ist, ich war vorher anscheinend im falschen Loot-Spec. Deswegen habe ich da nicht das bekommen, was ich haben wollte. Jetzt habe ich das mal umgestellt. Und ja, mal gucken, ob ich bei den nächsten Kisten dann ein bisschen mehr Glück habe. Ich verabschiede mich für die kleine Aufnahme. Hat mich gefällt, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.